Haben Sie Hubert und Geurts gesehen? Servus! Polizei! Die Frau ist schon länger tot. Dafür schaut's aber noch ganz gut aus. Halt! Da! Rechts! Entschuldigung! Wunsch Hubert! Hab's? Ja. Ausweis! Tschacke! Was kommen Sie denn hier an? Schlüssel ist der Tater. Ich kann hier rein und raus, wie ich mag. Sie beide? Ihr Büro Schifflauf. Was machen wir jetzt? Machen wir Feierabend. Sie hat einen Tipp auf Kniegeleitung unter dem Kniegeleitung.